Eine besonders anschauliche Illustration des Mechanismus, den die menschliche Wieder-Dasein-Säende Gier nach Lust, nach dem Sein und Werden und nach Zerstörung antreibt, ist das Lebensrad, Bhavachakra genannt, das bereits im frühen Buddhismus als Metapher für das Entstehen und Vergehen allen Seins abgebildet wurde, zum Beispiel in den Felsentempeln von Ayanta. Seinen Ursprung hat das Bild des Lebensrades in einer Legende aus den Divye Vadana, den himmlischen Heldentaten, einer Reihe von Sanskrit-Texten über das Wirken von Karma, die am Übergang des Hinayana zum Mahayana-Buddhismus stehen und in Nepal gefunden wurden. Ein Ungeheuer, Mara, der Tod, den wir aus der Buddha-Legende kennen, oder Yama, ein hinduistischer Totengott, der im Buddhismus zum Höllenfürsten und Totenrichter wurde, hält das Lebensrad in seinen Klauen. In der Narbe des Rades halten die drei Echtigkeiten, Gier, Hass und Unverstand, symbolhaft durch die drei Tiere, Hahn, Gier, Schlange, Hass und Schwein, Unverstand dargestellt, unaufhörlich den Geburtenkreislauf entgangen. In die sechs Speichen des Rades sind in verschiedenen Farben die Welten eingepasst, deren Geschöpfe der Wiedergeburt unterworfen sind. Die Bereifung des Rades besteht aus zwölf Alltagsszenen, die die Voraussetzungen für Wiedergeburt illustrieren. Unwissen, Triebe, Bewusstsein, Form, Sinnesorgane, Objektwelt, Gefühle, Begierde, Festhalten am Leben, Geburt, Alter und Tod. Innerhalb der sechs Wiedergeburtsbereiche bietet die Menschenwelt die besten Möglichkeiten, dem Kreislauf zu entrinnen, da nur der Mensch die Fähigkeit besitzt, mit Hilfe des edlen, achtfältigen Pfades das Nirwana zu erreichen. Die drei Grundübel, die im Zentrum des Daseins das Rad der Wiedergeburt antreiben, werden im Pali-Kanon auch als die drei Feuer bezeichnet. Feuer der Gier, Feuer des Hasses, Feuer des Unverstandes. Auf sie folgt der Hinweis auf noch andere drei Feuer. Opferfeuer, Altarfeuer, Herdfeuer. Die negative Auswirkungen auf die Erlösung des Menschen haben. Die Grundbedeutung des Wortes Nirwana als Verlöschen belegt, dass in Buddhas Weltbild die verderblichen Eigenschaften des Feuers in den Vordergrund gerückt sind. Das Konzept des Nirwana besteht in einem völligen Verlöschen der Lebensglut, also der menschlichen Leidenschaften. Buddhas Lehre lässt sich auf folgende Formel verkürzen. Für die Verknüpfung der Ursachen des Leidens hält der Buddhismus eine Formel parat. Es ist die Formel vom Kreislauf des Entstehens der zwölf Abhängigkeiten. Erstens, die Abhängigkeit vom Nichtwissen verursacht zweitens die physischen Gestaltungen des Daseins, das heißt Willensregungen und Taten. Abhängig davon ist drittens das Bewusstsein. In der Abhängigkeit vom Bewusstsein entstehen viertens Name und Form. Diese verursachen fünftens den sechsfachen Bereich, welches die fünf Sinne und das Denken sind. In Abhängigkeit dieser sechs Sinne entsteht sechstens die Berührung der Sinne mit den Dingen. Die Berührung verursacht siebtens die Empfindungen, welche achtens die Gier entstehen lassen. Die Gier nach Objekten führt nach dem Tod neuntens zum Ergreifen eines neuen Mutterschoßes, zu einem neuen Willen zum Leben, zehntens zu einem neuen Werden, elftens zu einer neuen Geburt, die wiederum zwölftens neues Alter und Tod zur Folge hat. Verkürzt lautet die Kausalkette Unwissenheit, Begierden, Taten, neue Wiedergeburt, neue Begierden. Was Buddha hier meint und was mit den Worten Sexualtrieb, Begierde, Drang zur Lebenserhaltung oder Gier nur unzulänglich ausgedrückt ist, heißt Lobo, auch Tana. In der Übertragung als Durst entspricht Letzteres exakt dem Anliegen des Christentums, das auch im Neuen Testament seinen Ausdruck findet. Untertitelung des ZDF, 2020